Tignale ist eine italienische Gemeinde mit 1256 Einwohnern. Sie liegt zwischen Garniano und Limone-SU-El-Garda auf der westlichen Seite des Gardasees in der Provinz Brescia in der Region Lombardei. Geografie Geografische Lage Tignale befindet sich auf einer Höhe von 555 Meter über dem Meeresspiegel und liegt etwa 1 Kilometer westlich des Hauptortes Gardola. 7 Kilometer nördlich von Garniano, 8 Kilometer westlich von Malzansin und rund 10 Kilometer südwestlich von Limone-SU-El-Garda-Klima. Die klimatischen Bedingungen in Tignale entsprechen den meisten auf dieser Höhe gelegenen Orten am Gardasee. Durchschnittliche Maximaltemperatur ist 17,7 Grad Celsius, Minimaltemperatur 9 Grad Celsius. Eine Temperatur unter 0 Grad tritt im Durchschnitt nur im Januar auf. Gemeindegliederung zur Gemeinde Tignale gehört der Hauptort Gardola und die fünf weiteren Ortsteile Piovre, Oldesio, AER, Olzano und Prabione. Die Nachbargemeinden sind Brantzone, Uel-Garda, Garniano, Magasa, Malzansin, Tremusines, Uel-Garda und Velfstino. Kultur und Sehenswürdigkeiten Tignale und die Umgebung bieten zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Bekannteste Beispiele sind Wallfahrtskirche Madonna, die Monte Castello, Refting und Canyoning in den zahlreichen Gebirgsbächen. Geführte und ungeführte Mountainbiketouren, verschiedene Ölmühlen und andere zu besichtigende Orte. Regelmäßige Veranstaltungen Des Weiteren finden mehrmals im Jahr verschiedene Märkte wie ein Mittelaltermarkt statt, bei denen sich der gesamte Ort als Mittelalterdorf ausgibt und die Bewohner selbst hergestellte Gegenstände und Waren anbieten. Limoneie Tignale Auf Seehöhe gegenüber dem Hafen von Tignale befindet sich ein am Ende des 18. Jahrhunderts entstandener Ort, welcher ursprünglich zur Anpflanzung von Zitrusfrüchten vorgesehen war. Besonderheit ist die Bauform als galerierartiger Bau, der die Bäume im Winter vor Frost- und Wettereinfluss schützen sollte. Für Zitronenbäume, die eine ganzjährige Reifezeit haben, musste ein künstliches Klima geschaffen werden. Seiten und Rückwand des Zitronengartens bildeten die Felswände, während die Vorderseite zum See geöffnet blieb. Auf einer zwei Meter hohen Schutzmauer wurden acht Meter hohe steinerne Pfeiler errichtet. Pfeiler und Mauer waren oben mit einer Holzbalkenkonstruktion quer und längs untereinander verbunden. Sie dienten zur Auflage der Holzdächer, die die Bäume im Winter vor Frost bewahrten. Ergänzt durch die zwischen den Pfeilern eingesetzten Glasfenster, so wurden die Zitronenhaine im Winter in geschlossene Gewächshäuser verwandelt. Der große Aufschwung im Zitronenanbau begann in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts. Die Ernteerträge steigerten sich bis 1840 auf rund 6 Millionen Früchte. Sizilien konnte jedoch bereits 1870 billigere Produkte auf den Markt bringen. Ein rückläufiger Trend setzte ein und verstärkte sich langsam aber stetig trotz der besseren Qualität der Früchte am Gardasee. Den Zusammenbruch brachte der schwarze Winter 1928-29, als am gesamten See so gut wie alle Zitronenbäume erfroren. Fischerei und Sporthafen Obwohl Tignale etwa 550 Metern über dem See liegt, verfügt die Gemeinde dennoch über einen kleinen Fischerei- und Sporthafen am See. Welcher durch Touristen und Anwohner ebenfalls als Badestelle benutzt wird, Wirtschaft und Infrastruktur. Öffentliche Einrichtungen als öffentliche Einrichtungen sind zu nennen, das Rathaus, Touristeninformation sowie ein Postamt. Galerie Fischerei Vielen Dank.